Kapitel 41 Die Komödie der Gruppenfotos zwischen Lächeln und Grimassen Im 41. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen widmen wir uns der oft Humorwollen und manchmal chaotischen Erfahrung der Gruppenfotografie. Dieses Kapitel beleuchtet die komischen Momente, die entstehen, wenn Passagiere versuchen, das perfekte Gruppenfoto als Erinnerung an ihre Seereise festzuhalten. Stellen Sie sich die Szene vor, es ist der letzte Abend der Kreuzfahrt, und eine Gruppe von neu gefundenen Freunden beschließt, diesen Moment mit einem Gruppenfoto festzuhalten. Was einfach klingt, wird schnell zu einer komödiantischen Herausforderung. Da ist das Ringen um die beste Position, das Vermeiden von Verdeckungen, und natürlich der Kampf, alle auf einmal lächeln zu lassen. Die Suche nach dem perfekten Hintergrund führt oft zu abenteuerlichen Unternehmungen. Von der Spitze des Schiffsdecks mit wehenden Haaren bis hin zum eleganten Foyer jeder Ort bietet seine eigenen Herausforderungen und Gelegenheiten für unerwartete Fotobomben. Dann gibt es die technischen Tücken. Die Frage, wer das Foto macht, führt oft zu einem Hin und Her, bis schließlich ein freundlicher Passant oder Co-Mitglied um Hilfe gebeten wird. Die anschließende Erklärung, wie die Kamera oder das Smartphone funktioniert, wird zu einem Teil des Unterhaltungswertes. Die besten Momente entstehen oft, wenn etwas schief geht. Jemand blinzelt, ein anderer schaut in die falsche Richtung, und manchmal gibt es diesen einen, der genau im falschen Moment eine Grimasse zieht. Diese unvollkommenen Fotos werden oft zu den beliebtesten Erinnerungen, die die Authentizität und die Freude des Moments einfangen. In diesem Kapitel erkunden wir die Komödie und die kleinen Freuden, die mit der Gruppenfotografie auf Kreuzfahrten verbunden sind. Es ist eine humorvolle Betrachtung der Versuche, den perfekten Moment festzuhalten, und eine Erinnerung daran, dass oft die unperfekten Bilder die besten Geschichten erzählen. Kapitel 42 Die Herausforderungen des Bordtheaters von Aufführungen bis Applaus Im 42. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen begeben wir uns hinter die Kulissen des Bordtheaters, einem Ort voller Dramatik, Komödie und gelegentlichen Missgeschicken. Dieses Kapitel beleuchtet mit Humor die Herausforderungen, die sowohl für die Darsteller als auch für das Publikum mit Theateraufführungen auf sie verbunden sind. Stellen Sie sich den pulsierenden Nervenkitzel einer Theateraufführung an Bord vor. Die Darsteller und die Crew arbeiten hart, um eine makellose Show zu präsentieren, doch das Leben auf sie bringt seine eigenen, unerwarteten Herausforderungen mit sich. Von schaukelnden Bühnen, die das Gleichgewicht der Darsteller auf die Probe stellen, bis hin zu technischen Pannen, die durch das schwankende Schiff verursacht werden, ist jede Aufführung ein Abenteuer für sich. Das Publikum, eine bunte Mischung aus Kreuzfahrtgästen aller Altersgruppen und Hintergründe, bringt seine eigene Dynamik in das Theater. Einige sind treue Theaterbesucher, die jede Aufführung besuchen und enthusiastisch applaudieren. Andere wiederum stolpern zufällig hinein, manchmal in der Hoffnung auf eine kurze Abwechslung oder einfach, um dem Trubel des Schiffes zu entfliehen. Die Interaktion zwischen Bühne und Zuschauerraum kann zu einigen der unterhaltsamsten Momente führen. Da gibt es das spontane Mitsingen oder Klatschen des Publikums, das gelegentliche Handy-Klingeln, das die Darsteller aus der Fassung bringt, oder die herzlichen, manchmal unbeholfenen Standing-Ovations am Ende einer gelungenen Show. Dann sind da die unerwarteten Talente unter den Passagieren, die während der offenen Mikrofonnächte oder Talentwettbewerber ans Licht kommen. Diese Abende, in denen Gäste zu Stars werden, sind oft voller Überraschungen und sorgen für einige der authentischsten und berührendsten Momente der Kreuzfahrt. In diesem Kapitel erkunden wir die Welt des Bordtheaters als einen Ort voller kreativer Energie, unerwarteter Wendungen und gemeinschaftlicher Freude. Es ist eine humorvolle und liebevolle Betrachtung der Kunst des Theaters auf sie und der gemeinsamen Erfahrungen, die in diesen magischen Räumen entstehen. Kapitel 43 Die Geschichten hinter den Kulissen verborgene Welten eines Kreuzfahrtschiffes Im 43. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes. Dieses Kapitel beleuchtet die oft unsichtbaren, aber faszinierenden Aspekte des Schiffsbetriebs und die Geschichten der Menschen, die diese schwimmenden Städte am Laufen halten. Stellen Sie sich die unzähligen Gänge und Räume vor, die sich unterhalb der glänzenden Passagierdecks befinden. Hier befindet sich das Herz des Schiffes, ein Labyrinth aus Küchen, Wäschereien, Crewunterkünften und technischen Anlagen. Jeder dieser Orte birgt seine eigenen Geschichten und Geheimnisse. Die Crewmitglieder, von den Köchen und Reinigungskräften bis hin zu den Ingenieuren und Offizieren, sind die unausgesprochenen Helden jeder Kreuzfahrt. Ihr tägliches Leben auf sie ist ein Balanceakt zwischen harter Arbeit und dem Leben in einer engen Gemeinschaft. Die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind von der Zubereitung tausender Mahlzeiten bis zur Wartung komplexer Maschinen sind oft unsichtbar für die Passagiere, aber von entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Reise. Es gibt auch die Geschichten von Freundschaften und Beziehungen, die innerhalb der Crew entstehen, sowie die kulturelle Vielfalt, die sie an Bord bringen. Die Crew ist ein Mikrokosmos der Welt, mit Mitgliedern aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die zusammenarbeiten, um eine einzigartige Erfahrung für die Passagiere zu schaffen. Dann sind da die unerwarteten Begegnungen und Ereignisse, die sich hinter den Kulissen abspielen. Von spontanen Feiern in den Crewbereichen bis hin zu den kleinen Heldentaten, die notwendig sind, um unvorhergesehene Probleme zu lösen – diese Momente sind oft unbekannt für die Passagiere, aber sie sind es, die das wahre Herz eines Kreuzfahrtschiffes ausmachen. In diesem Kapitel erkunden wir die verborgenen Welten und Geschichten hinter den Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes. Es ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des Engagements der Crew und eine Einladung, über die glänzende Oberfläche hinaus zu blicken und die wahre Essenz des Kreuzfahrtlebens zu entdecken.